Hallo Antonia. Hallo Lara. Wollen wir vielleicht einen Spaziergang machen? Vielleicht sehen wir ja etwas Spannendes. Ja, gute Idee. Mir wäre eh die ganze Zeit langweilig. Schau mal da. Wow, wie hübsch. Willkommen bei unserem Zauberbaum. Wow, hier ist es aber richtig schön. Hey, wollt ihr mit mir vielleicht in meiner magischen Quelle baden? Es ist eine perfekte Abkühlung bei dem heißen Wetter. Oh ja, gerne. Es ist ein bisschen eng, aber es ist trotzdem schön erfrischend. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu baden, aber wir wollen jetzt wieder nach Hause. Okay. Natürlich gehen wir nicht nach Hause. Wir wollten noch nicht noch länger da drin bleiben. Das war ganz schön klebrig. Komm, wir klettern mal auf den Baum. Hier drin ist es voll cool. Hier prallt nicht so die Sonne auf unsere Mähne. Bei den Elfen war es zwar ganz schön, aber ich will jetzt weitergehen. Ich wollte schon immer mal so ein Rosenblatt probieren. Hier sind wir richtig. Mh, das schmeckt ja richtig lecker. Boah, mir ist voll heiß. Lass uns nach unten gehen. Ja, und dann setzen wir uns da unten an die Mauer. Gute Idee. Hier ist es schön. Da sind wir im Schatten. Ich bin voll müde. Ich glaube, ich mache ein Mittagsschläfchen. Ich auch. Oh, was ist los? Hey, wer bist du denn? Du hast mich voll erschreckt. Ich wollte noch weiter schlafen. Ähm, ja, also ich bin Rosi. Ich wohne auf dem Zauberbaum und ich habe euch verfolgt, denn ich habe euch dort gesehen und... Ja, mir war langweilig. Also bin ich euch hinterhergegangen. Oh. Und jetzt habt ihr die ganze Zeit geschlafen. Ach ja. Wie lang denn? Keine Ahnung, aber es war schon ganz schön lange. Oh je. Ich glaube, wir müssen jetzt nach Hause. Ja, was denken denn unsere Eltern? Haben wir ihnen überhaupt Bescheid gesagt, dass wir gehen? Nee, ich glaube nicht. Oh, Mist. Wenn ihr schnell nach Hause müsst, dann wartet hier. Ich hole schnell jemanden, der bringt euch dann nach Hause. Okay, aber beeil dich. Ja, ja, mach ich. Hey Bella, du musst mich wohin fliegen, denn ich habe zwei Freunde, die wollen schnell nach Hause gebracht werden. Okay, mach ich. Juhu, los geht's. Einfach geradeaus, dann sind wir schon da. Hier musst du landen. Hallo, da bin ich wieder. Wow. Steigt auf, ihr wolltet doch schnell nach Hause gebracht werden. Oh, das wird so cool. Wow, das macht ja richtig viel Spaß, auf einem echten Pegasus zu fliegen. Oha, das ist so krass und es ist so hoch. Gleich sind wir da. Hier, lass uns runter. Danke, dass wir mitfliegen durften. Ach, kein Problem, das hat richtig viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Morgen gehen wir wieder dahin. Oh ja, gute Idee. heut consumers geb Bienen. Und es ist custodierend zu.